Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum heutigen, ich nenne es mal Unboxing-Video der anderen Art. Und zwar ist es so, dass ich vor ein paar Wochen die liebe Schmink-Schnoppel gefragt habe, ob sie nicht mal Lust hat, an so einer Tauschaktion teilzunehmen. Und zwar stellen wir uns gegenseitig zu einem bestimmten Thema Sachen zusammen, die wir dann verschicken und vor der Kamera auspacken und einfach schauen, ob wir den jeweiligen Geschmack getroffen haben. Wir haben uns bisher einmal live gesehen bei einem Blogger-Treffen. Ich fand sie auf Anhöp sympathisch, möchte jetzt mal behaupten, dass sie mich auch sympathisch fand. Und auf jeden Fall hat sie direkt zugesagt, was mich sehr gefreut hat und dreht vielleicht sogar jetzt in diesem Augenblick auch ein Video. Packt mein Päckchen aus. Ich bin super gespannt, ob ihr der Inhalt gefallen wird. Den Kanal von ihr verlinke ich euch in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Sie macht richtig coole Sachen, ist nur total Liebe und ich mag sie unheimlich gern. Und in ihrem nächsten Video packt sie auf jeden Fall die Sachen aus, die ich ihr zusammengestellt habe und ob ich ihren Geschmack getroffen habe. Das interessiert mich super, super doll und euch vielleicht auch. Deswegen schaut einfach vorbei. Und ich bin jetzt auch schon ziemlich neugierig, was sie mir eingepackt hat. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Und zwar hat sie mir hier ein Päckchen, ach so, vielleicht, das sollte ich vielleicht noch vorweg sagen. Wir haben uns für das Thema Beauty entschieden und einen Betrag festgelegt von 20 Euro und genau, und so Allergien besprochen, Lieblingsfarbe und so ein Kram. Aber ansonsten wussten wir nichts. Hier jetzt auf jeden Fall das Päckchen. Kurze Zeit später hat sie mir geschrieben, dass sie vergessen hat, ein Teil reinzulegen. Deswegen hier noch der Umschlag. Und ich bin super gespannt und packe das jetzt gemeinsam mit euch auf. Und wenn ihr da dran interessiert habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt und wenn es euch am Ende gefallen hat, dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich weiß, dass ich die letzte Zeit wirklich wenig Videos mache. Ich komme einfach nicht so dazu und finde das auch echt immer relativ aufwendig und habe neben dem Bloggen einfach nicht so große Zeit für YouTube. Bin zwar immer guter Dinge, dass sich das mal ändert, aber versprechen kann ich da nicht. Und ich möchte halt auch nicht, dass da so ein Zwang entsteht und dass ich jetzt richtig alle zwei Wochen ein Video hochladen muss oder jede Woche muss ein Video kommen. Deswegen immer so, wie ich Schluss drauf habe und wie es halt zu den Vlog-Themen auch passt. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr unten in der Infobox auf jeden Fall meinen Vlog besuchen, weil da kommt jetzt seit, es sind jetzt eigentlich relativ genau fünf Jahre, am 8. Juli sind es fünf Jahre, zwei bis drei Mal die Woche neue Vlog-Beiträge. So, aber jetzt habe ich das Päckchen auf und wir fangen an. Da ist zuerst mal ein Brief. Und zwar, liebe Natalie, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Sommer-Beauty-Tauschpaket. Ich hoffe, ich konnte deinen Geschmack treffen und du kannst was mit den Sachen anfangen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ich drücke dich ganz doll, deine Brina. Und ja, das ist halt auch voll dem coolen sommerlichen Papier. Und ach, ich mag die so unheimlich gern, die Sabrina. Und ja, hier fangen wir an. So, da haben wir einmal. Ach, das sehe ich schon. Das. Ups. Oh, ich bin schon so neugierig. Ich hoffe auch echt, dass ich ihren Geschmack getroffen habe und nicht nur sie meinen. Und ach, ich bin echt neugierig. Das hat sie aber auch gut verpackt. So, wir sind hier los. Haha. Sekt mit Kirschblüte für laue Sommernächte. Vielleicht können wir die ja sogar mal zusammentrinken demnächst. Weil die Sabrina und ich, wir wohnen gar nicht so weit auseinander. Und eigentlich könnten wir uns viel, viel öfter sehen. Und vielleicht hebe ich den sogar auch, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Dann können wir den zusammen trinken. So. Und hier ein so total süßes Täschchen. Ich mach das jetzt mal auf. Und bin so neugierig. Und zwar haben wir hier, da hast du ja schon mal direkt meinen Geschmack getroffen, Eisbombus. Falls dir mal zu heiß wird, eine kleine Erfrischung. Und hier ist diese Eisbombus. Kennt ihr die? Die schmeckt richtig, richtig gut. Und ich mag die super gern und das wusste sie nicht. Und ja, liebe Sabrina, hier hast du schon mal meinen Geschmack getroffen. Machen wir weiter mit einem Aquakiss Erfrischung nach dem Schwimmbadbesuch. Hat sie draufgeschrieben. Und hier war Shampoo Peeling und keine Ahnung. Also das... Das ist wieder nicht deutsch. Was steht da unten drunter unter die guten Zettel? Also das ist auf jeden Fall für... Also sie hat es hier draufgeschrieben für nach dem Schwimmbadbesuch. Und ich nehm das einfach mit in Urlaub und denke, dass man das auch nach dem Strandbesuch benutzen kann. Und da wollte ich sowieso noch mal los, weil ich benutze immer, wenn wir am Strand waren oder auch nach dem Schwimmbad, immer noch mal so ne Pflege. Und deswegen wollte ich da eh noch mal was kaufen. Und das ist echt cool. Ach genau, hier steht's ja auch. Also mein Englisch ist manchmal... Ich denke immer, mein Englisch ist so super schlecht, dass ich gar nichts verstehe. Aber Englisch so ein bisschen verstehe ich ja schon. Body, weil... Also das ist Shampoo für den Körper zu spüren. So. Machen wir weiter mit einer Yankee Candle. Ha! Also wenn ihr ihren Kanal besucht, werdet ihr sehen, dass die Lemokrina super viel mit Yankee Candle zu tun hat. Und da ganz viel drüber berichtet. Und sie hat jetzt hier draufgeschrieben, Entspannung nach einem Tag am Strand. Ja gut, sie weiß, dass ich in Urlaub war. Die werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen und im Urlaub benutzen. Und danke, das ist meine aller, 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 allererste Ching, die, äh, Yankee Candle. Und ach, die riecht richtig gut. Mit Natto. Also natural. Aber die riecht richtig, richtig, richtig gut. Danke. Weiter geht's mit, weil rote Hitzebacken uncool sind. Hat sie draufgeschrieben. Was ist das? Äh. Mal gucken mal. Ein Clash von Catrice. Super. Habe ich auch nicht mehr viel. Kommt mir auch sehr, sehr gelegen. Und danke schön. Das hier ist eine Limited Edition, ähm, CO1 Mesh. Peach. Also 40. Ja, und der Spruch bei rote Hitzebacken und cool sind es. Smiley. Ja. Dam, dam, dam. Weiter geht es mit einem Arganöl. Schwitzkopf ade. Okay. Das, ähm, kenne ich. Das habe ich, ähm, rot. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video von mir vorgestellt. Und finde das Shampoo richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, wie das blaue ist. Das rote finde ich echt gut. Das stinkt zwar, aber es ist echt richtig gut für die Haare. Ähm, ich mache das jetzt hier mal aus. Das haben wir Täterfilm abgekippt. Aber ich bin gespannt. Und so, Prina, du wirst es nicht glauben. Ich hatte auch überlegt, wie er, ähm, dieses Shampoo uns. Das Paket zu packen. Oh, das riecht mal. Ein bisschen besser wie das rote auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank. Also das rote ist auf jeden Fall gut. Wollte ich dir, wie gesagt, auch kaufen. Habe mich dann aber für andere Sachen entschieden. Aber, wie ist der Zufall manchmal so wild. So. Für den perfekten Sonne-Prinzel-Blick. Das ist das. Das hier ist, ähm. Also, ähm, ich würde mal sagen, das ist noch nicht mal englisch. Aber ich würde sagen, das ist einfach, ähm, Lidschatten. Ist auf jeden Fall eine superschöne Farbe. So, ich blende das noch mal kleiner alles ein. Und kann man auch nie genug haben. Und danke dafür. Weiter geht es mit einem. Don't burn, baby. Don't burn. Ähm. Hoher Sonnenschutz für besonders sonnenempfindliche Ungebräunte. Zur Irritation neigende Haut. Dankeschön dafür. Sonnencreme kann man auch nie genug haben. Und das ist eine schöne, angenehme Größe. Werde ich, wenn wir Ausflüge im Urlaub machen, mitnehmen. Damit ich nicht die, ähm, Riesenfläche immer mitnehmen muss. Auch danke dafür. Ich glaube, ich habe es dran gedacht, dass ich bald in Urlaub fahre. Und zu guter Letzt. Trendy am Strand. Ja, wie cool ist das denn? Ein Fußband. Ist das nicht cool? Habe ich auch noch keins. Und will ich mir jedes Jahr kaufen vom Urlaub. Und denke nie dran. Und habe nie ein Fußband. Und finde es immer bei anderen super, super schön. Und das hier ist auch richtig, richtig toll. Oh, Trendy am Strand. Ja, ich werde Trendy am Strand sein. Gut. Ach, nee. Ich wollte ja schon sagen, das war es. Aber das war es ja noch nie. Ich muss ja noch den Umschlag aufmachen, der kam. Es ist gar kein Washi-Tape. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hieß. Aber da haben wir auch gebastelt und dieses Klebeband hier bekommen. Und das ist doch, ja, das ist gar nicht erkannt. Das liegt seitdem bei mir noch krank. So. Habe ich das auch auf? Die haben wir auch gut eingepackt. Heieiei. Und nochmal zugetackert. Und zwar steht hier der kleine Nachzügler für rosige Sommerknutscher. Na, wenn das mal kein Lippenstift ist. Ja, natürlich. Ein Lippbarm von Catrice. Pur Shine. Super cool. Genau meine Farbe. Ich mag so rot- und rosa Töne unheimlich gern. Den habe ich noch nicht. Also auch nochmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Nachzügler. Und jetzt hoffe ich natürlich, das Video hat euch allen gefallen. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Sabrina vorbei. Und abonniert ihren Kanal. Abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich schon auf das nächste Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.